Was. Ist. Das. Willkommen meine Freunde zu Super Amazing Wagon Adventure. Turbo. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das nicht mal angetestet. Ich dachte wir finden einfach zusammen raus. Ich hab wirklich null Ahnung was das sein soll. Vielen Dank an dieser Stelle an Fiese Cobra, der dieses Spiel möglich gemacht hat. Und wir testen einfach mal aus, was er uns hier so zur Verfügung gestellt hat. Let's go. Oh Gott ist das groß. Ich, ähm, go. Kann ich sogar hier die Leute benennen eigentlich? Edit. Oh ist das cool. Okay, pass auf. Hier da so. Ich hab so ein bisschen grüne Augen. Das passt schon. Dann nehmen wir noch, ähm, 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 fiese Cobra, weil er das Spiel möglich gemacht hat. Und wir, ich weiß leider nicht, wie du aussiehst, aber, ähm, du hast bestimmt rote Haare mit roten Bäckchen. Das, das wird schon so passen. Und dann, und jetzt, ähm, weil Cool Gamer mir Shaggy gegeben hat, dann nehmen wir den auch noch mit rein. Ähm, ähm, äh, so, hier, du, Cool Gamer, bitteschön. Und du, du bist wahrscheinlich, ähm, hihihihi. Tut mir leid, wir brauchen einfach eine Frau an Bord. Und, äh, hier, da, bitteschön. Nein, warte mal, ich hab ne bessere Idee. Egal. Es geht im Wald los. WASD und Maustaste oder Space. Okay. Oh yeah. Them Graphics. Huch. Was, es kommen ein paar Animals, ein paar Tiere und wir eilen nach vorne und, what? Ich versuche für euch parallel zu übersetzen. Ah, im Fullscreen ist das alles so groß. Ich hab keinen Überblick. Ah, es tut meinen Augen weh. Es tut meinen Augen weh. Als kleines Video wird's wahrscheinlich angenehmer sein. Oh, was ist das? Oh yeah. Unschuldige Tiere. Was? Banditen. Oh nein. Oh nein, ich wurde getroffen und diese Cobra wurde getroffen. Cool Gamer, geht es noch gut. Oh, was ist das hier? Oh yeah, Sucker. Was, eine Maschinen-Gun am Wa... Oh Gott. Nein. Oh, suck on this. Nein. Yes. Oh, fiese Cobra ist unterwegs nach irgendwelchen Bären schauen. Ah, das ist aber schön. Lalala. Ein bisschen Nahrung für uns alle. Als er auf dem Weg zurück zum Wagen war, hat er den Eingang zu einer Höhle gesehen. Er möchte ihn investigieren gehen. Okay. Es war sehr dunkel. Ja, ich merk's. Während er eine Fackel angemacht hat, hat er festgestellt, dass es sie mit riesigen Spinnen gefüllt war. Oh mein Gott. Was ist das für ein Spiel? Fiese Cobra ist rausgerannt. Und sie haben... Wir haben jetzt alle hier Bärenburger gegessen. Fiese Cobra hatte die brillante Idee, in den Fluss zu springen. Okay, wenn du gesagt hast, springen, springen wir rein fort. Ist, glaube ich, mit dem Ding da drüber schwimmen. Jump. Yay. Wir sind gesprungen. Oh mein Gott. Fiese Cobra. Was hast du uns gesagt? Oh, wir sind in der Nähe von einer Höhle voller Bären gelandet. Echt? Ich seh keine. Oh, halten die viel aus. Oh, ich kann die Bären einsammeln. Als Essen, oder was? Ah, ah, nein. Wir sind in den großen... Die haben die großen Ebenen betreten. Was ist denn das für ein krankes Spiel? Oh mein Gott. Mit viel Gras für was? Ich verstehe nicht. Oh, ah. Unser Ochse am Wagen konnte sich vom Gras ernähren und ist schneller dann reisen. Und eine Herde voller Baffelos. Was? Oh mein Gott. Oh Gott, sind das viele Baffelos. Oh mein Gott. Ah, nein. Geh weg. Oh mein Gott. Die armen Baffelos. Was? Oh mein Gott. Was? Nein. Wer ist gestorben? Ich hab's nicht mitbekommen. Es ist zu schnell passiert. Was? Riesige Baffelos und irgendwas? Irgendwer wurde gecrusht? Ach, fiese Cobra ist gestorben. Nein. Ah, ah. Was? Exception. Oh, what? Ich bin in einem Fehler gelandet. Oh ja, super sieht das aus. Was? Oh mein Gott. Ah, nein, nein. Was ist das hier? Program reset. Was? Nein. You unlock the glitch. Was? Ach, das ist gar keine Glitch hier. Sieht doch alles ganz normal aus. Was? Wir gehen durch ein Civil War? Oh. Nein. Ich dachte, er hat den getroffen. Oh, Gesundheit. Yes. Oh, und sofort wieder verloren. Das ist nicht gut. Oh, cool. Gamer stirbt mir gleich. Und ich auch gleich, wenn das so weitergeht. Schade, dass wir die hier nicht auch zum Essen aufheben können. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Beide Seiten haben wir erledigt. Und da waren große Verluste. Und die sahen eine Frau in der Ferne mit einem roten Kleid, die alleine gelaufen ist. Stone verließ den Wagen und wollte schauen, ob er ihr helfen kann. Oh, es war ein Bandit in Verkleidung. Oh, puh. Es war ein Hinterhalt. Banditen auf Pferderücken. Nein. Oh. Stone schaute zu, wie sein Gehirn aus dem Kopf lief. Ja. Cool Gamer machte alleine weiter. Dieser Fluss war zu tief, um darüber zu schwimmen. Er hatte, Cool Gamer hatte die Idee, unter Wasser zu schwimmen. Okay, wenn du das sagst. Oh, ist das cool. Das Spiel ist krank, aber irgendwie cool. Ich muss ja nicht mal hier irgendwelche lahmen Stellen rausschneiden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie sind hinter mir her geschwommen. Ich glaube, wir sind tot. Lala, 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 Lala. La laaaa, la, 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 laaaaa x2 La, 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 la So, wir nehmen dieses Mal Stone und, äh, äh, Freezy. Du hast jetzt einfach mal einen Bart und weil wir immer eine Frau brauchen, ist jetzt Terra hier die Frau. So, let's go. Nein, Freezy ist krank geworden. Er hat eine Erkältung bekommen. Haha, Freezy, Erkältung, versteht ihr? Irgendwo kalt. Haha, ah, damn, son. Toten, ähm, nium, 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 nium. Heute Abend gibt es Eichhörnchen. Oh, wie der se dreckige Cheetah-Wagen. Ah, nein. Hör auf. Wieso tötet er mir nicht diese ganzen Viecher? Oh, Gott, sind das viele. Oh, mein Gott, sind das viele. Hör auf damit. Nein. Freezy ist gestorben an dem Geruch eines Stinktiers. Ja, super. Das läuft ja super. Was? Ein Bär wollte die Berries? Oh, nein. Hau ab. Was? Der Bär hat nach Hilfe geschrien mit seinem letzten Atemzug. Hard to Bär. Ah, haha, oh, man. Diesen Spruch kann man nicht so gut übersetzen. Ran back to the wagon. Reach the river crossing. Ausgezeichnet. Dann wollen wir jetzt dieses Mal, was haben wir sonst noch so? Versuchen wir es diesmal zu fordern. Leider können wir es nicht Suzuki-en oder Mercedes-en. Oh, Mann. Oh, nein. Oh, nein. Dort waren Steine im Fluss. Dort waren jede Menge Steine im Fluss. Oh, wie fies. Stupid boulders. Ohne Witz. Great Plains. Angry Buffalo. Oh, nein. Oh, Gott. Was ist das denn? Das ist unfair. Die sind viel zu schnell. Ich werde jetzt einfach hier stehen und schieße. Hallo? Oh. Nein, nein, nein. Okay. Das ganze Erschießen der Buffalos hat ein Feuer gestartet. Ja, ist ja doch eigentlich recht angenehm hier. Was? Ein paar Buffalos haben Feuer gefangen? Was? Oh, mein Gott. Was ist hier los? Brennende Buffalos. Oh, die zerspringen hier einfach in einen Aschehaufen. Oh, Mann. Immerhin nimmt man sie gleich schön gebraten mit. Schlafende Händler. Äh, Reisende meine ich. Äh, okay. Klauen wir einfach den Kram. Steale Supplies. Terra, sie wusste, dass sie alles nehmen musste, was sie brauchte. Rückreise. Oh, andersrum schießen. Probieren wir es diesmal andersrum. So, jetzt haben sie die wahrscheinlich weise Entscheidung getroffen, durch eine Wüste zu reisen. Die war letztes Mal nicht so weise, die Entscheidung. Was? Menschen fressende riesige Skorpione? Nööö. Das ist nicht witzig. Oh. Hey, es läuft doch erstaunlicherweise richtig gut, schon für eine ziemlich lange Zeit. Nein, nein, nein. Nein. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ah. Was? Waldschirms? Das sind doch Geier-Dingens. Ich sehe aber keine. Oh, nein. Oh, was? Ich konnte es nicht mehr nach links bewegen. Nein. Ein riesiger Skorpion hat Stone in den Händen gehalten. In Position. Oh, Gott. Ich bin fast... Oh. Taira wurde von Skorpionen aufgefressen. Oh, damn. Okay, meine Freunde. Ich glaube, das reicht zu... Super Amazing Wagon Adventures. Oder wie auch immer das Spiel nochmal hieß. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns beim nächsten Türchen. Bis dann.